Wir haben eine Situation auf der Welt, in der die Märkte uns etwas anderes signalisieren, als das, was ich entdecke, wenn ich vor die Tür gehe. Märkte sagen, alles super, vor der Tür sieht es manchmal nicht ganz so gut aus. Und deswegen finde ich es umso spannender und wichtiger, dass wir uns möglichst professionell mit verschiedenen Investmentklassen auseinandersetzen. Und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast bei mir mit einem sehr guten Fokus, nämlich Bitcoin und Kryptowährungen. Heute ist bei mir Marc Steiner. Marc, du bist Coach, du bist Buchautor, du bist Dozent und du bist seit 2014 Kryptoinvestor. Zudem bist du auch noch schweizweit der erste unabhängige Coach für Kryptowährungen unter dem Finanzdienstleistungsgesetz. Marc, schön, dass du heute bei uns bist. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ja. Perfekt. Marc, wir haben uns kennengelernt mit dem Hintergrund, dass wir auch Hive Digital Technologies bei uns vertreten. Das ist ein Bitcoin-Miner, mit dem sind wir in Zürich. Und dann habe ich direkt gemerkt, warte mal, Bitcoin, Zürich, da fällt mir der Marc ein, weil ich dich nämlich auch schon eine Weile auf dem Radar hatte. Und viele Zuschauer fragen sich jetzt vielleicht, Mensch Jan, du erzählst doch auch sonst recht viel über Rohstoffe und Gold. Wie passt das eigentlich mit Bitcoin zusammen? Ist das nicht was völlig anderes? Und ich glaube, nein, ganz stark. Ich bin fest davon überzeugt. Ich glaube, wir beide haben ökonomisch betrachtet sehr, sehr gleiche Ansichten. Deswegen finde ich es heute sehr spannend. Und weil wir ökonomisch so nah beieinander liegen, habe ich direkt die erste Frage an dich. Denn du hast, lustigerweise hast du mir die Frage auch gestellt, als ich bei dir zu Gast war, aber du hast auf deinem Kanal letztens einen Titel mit der Frage gehabt, wie überhitzt sind die Märkte? Deinen YouTube-Kanal haben wir natürlich auch unten verlinkt, sowie deine Website. Aber diese Frage, Marc, die will ich direkt an dich weitergeben. Indizes auf dem Hoch, alles läuft super. Allerdings müssen die Firmen auf der anderen Seite, vor allem die großen Firmen, massenhaft Mitarbeiter entlassen. Wie passt all das für dich zusammen? Gib uns gerne mal eine Sicht der Dinge aus deiner Situation. Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt nicht ein Ökonom oder so, ich bin Ingenieur grundsätzlich. Mich interessiert die Ökonomie immer mehr oder hat es über die Jahre natürlich immer mehr interessiert, weil Investieren, ich glaube, jeder, der investiert, interessiert sich schlussendlich irgendwie für Geopolitik, für politische Zusammenhänge, Gesellschaft und so weiter. Jetzt, ja, ganz ehrlich, die Märkte sind, es ist alles schizophren. Also in meinen Augen, es ist einfach schizophren. Es ist auch, also, verzeih mir den Aussage, aber es ist verdammt schwierig, die jetzige Situation auch einzuschätzen, gerade auch aus Investorensicht. Wie gehe ich damit um? Wir haben auf der einen Seite, alles ist auf dem All-Time-High, Allzeit hoch. Du hast es gesagt, die ganzen Indizes, DAX, SP500, NASDAQ, alles geht nach oben. Wenn wir uns jetzt einfach mal Bitcoin anschauen, dann sehen wir in gewissen Währungen weltweit, und das ist für mich eigentlich auch das erste Mal, dass es so krass ist, dass es bereits jetzt in verschiedensten Währungen weltweit ist, Bitcoin auf dem All-Time-High. Das bekommen wir so direkt gar nicht mit, aber es gibt so viele, ich habe letztendlich auch einen LinkedIn-Post darüber gemacht und so weiter, wo wir einfach sehen, alles ist auf dem All-Time-High, aber im Portemonnaie merken wir diese Euphorie nicht. Gut, ich bin jetzt Schweizer. Ich muss immer wieder sagen, wir sind Kindergeburtstag, Ponyhof der Welt, oder? Ich muss mich da immer ein bisschen zurücknehmen, weil bei uns ist es noch heile Welt. Ganz ehrlich, wird das immer so sein, ist eine andere Frage, aber aus schweizerischen Sicht geht es uns natürlich gut. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Kunden aus Deutschland, wir haben Ausgewanderte, die auf der ganzen Welt unterwegs sind und so weiter, und da bekommen wir sehr, sehr viel mit. Die einen sind in Immobilien investiert, die anderen eben leben in anderen Bereichen dieser Welt. Und da sehen wir einfach, dass es zunehmend immer schwieriger und härter wird für die, ich sage jetzt mal, ja, für jeden Einzelnen von uns. Und auf der anderen Seite gerade Deutschland sagt die Politik wieder, nee, ist alles gut, oder top, läuft alles, aber wir wissen einfach, es ist nicht so. Und das meine ich damit mit dieser schizophrenen Situation. Dann sehen wir die geopolitischen Machtkämpfe, die ausgetragen werden mit viel Medienpropaganda auf beiden Seiten, nicht nur, ich sage jetzt mal, wenn wir den Russland-Ukraine-Konflikt nehmen, oder? Auf dieser Seite gibt es Propaganda, aber auch bei uns, oder? Und das müssen wir auch, ich bin kein Mensch von Schwarz-Weiss. Die Welt ist bunt, die Welt ist grau dazwischen, zwischen Schwarz und Weiss, zwischen diesen Polen. Und es gibt nicht einfach nur, der ist schuld und der ist nicht schuld, sondern es gibt immer, wenn zwei sich schreiten, also zum Schreit gehören immer zwei, oder? Und ich glaube, das müssen wir auch mehr lernen, wieder besser einzuschätzen. Und ich glaube, wir sind mittlerweile geopolitisch an einem Punkt angelangt, wo eben die Märkte sich komplett von der Realität abgekoppelt haben, warum auch immer. Schwierig zu sagen, was hier wirklich der Punkt ist. Das sehen wir auch bei den, also wenn du die grossen Star-Investoren siehst, auch aus den USA, von Druckenmiller und wie sie alle heissen, auch die haben ihre Probleme und sagen, wir haben sowas noch nie erlebt, wie die Märkte unterwegs sind, wie jetzt. Also wie soll dann der Otto-Normal-Verbraucher, dazu zähle ich mich jetzt mal so, wie soll ich dann entscheiden, wohin die Märkte gehen? Oder wie will ich das wissen? Keine Chance. Aber die Märkte haben sich ganz klar entkoppelt. Es ist schizophren, die Situation, das merken die Leute. Und das bringt natürlich auch Unsicherheiten. Unsicherheiten bringen aber auch immer wieder Chancen, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ich bin kein Pessimist. Sondern hier gilt es natürlich nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und nach vorne zu schauen. Weiß nicht, ob ich die Frage so beantwortet habe, aber das ist mal so meine Sichtweise. Oder wie ich jetzt momentan an diese Situation herangehe. Ja, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das deckt sich auch mit dem, was ich hier immer erzähle. Deswegen finde ich es sehr spannend. Du bist ja auch als Coach im Bereich Kryptowährungen unterwegs. Und darauf zählen so ein bisschen auch meine nächsten Fragen mit ab. Kannst du uns nochmal ganz kurz erklären? Wir sind jetzt direkt hart eingestiegen. Was genau du machst und was der Background ist, dass man da nochmal als Zuschauer ein Gefühl bekommt, wer mir hier gerade gegenüber sitzt. Ja, sehr gerne. Also ich bin ursprünglich Ingenieur. Also ich komme nicht aus dem Finance-Background, sondern ich bin Ingenieur. Ich habe Elektrotechnik studiert. 2008 habe ich meinen Abschluss gemacht, oder? Und da war der 2008 Lehman Brothers pleite. Und ich war der Student. Kommst jetzt plötzlich ins Leben, oder? Muss Geld verdienen. Nicht mehr Student leben. Und die Welt crasht irgendwie. Und das war so ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, oh, spannend, was hier passiert. Hat mein Interesse geweckt, oder? Dann habe ich bei verschiedenen Technologiefirmen gearbeitet. Ich habe fast zehn Jahre angewandte Forschung gemacht. Das heisst, es ging immer darum, neue Technologien zu finden. Tiefes technologisches Wissen aufbauen. Zu schauen, wie kann man diese Technologien nutzen, für Produkte zu verbessern und so weiter und so fort. Und so bin ich auch 2014 zum Bitcoin gekommen, weil es eigentlich zwei Dinge vereint. Auf der einen Seite Technologie. Mining, Kryptografie, dezentrales Netzwerk. Und auf der anderen Seite investieren. Neues Geld, neue Assetklasse, Rendite. Zwei Dinge, die mich einfach sehr, sehr faszinieren als Mensch. Und ich habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass hier kommt, das ist so die Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Also hier, was kommt mit den Kryptowährungen, mit Bitcoin und so weiter? Das verstehen so viele Menschen nicht. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann wirklich alles learning by doing. Viel Geld verloren, viel Quatsch gemacht, wieder eigene Strategien entwickelt, viel Geld gemacht und so weiter. Es war immer so ein Auf und Ab. Und dann habe ich in der Familie auch einen Schicksalsschlag gehabt. Ich hatte in der Familie einen Sparringpartner. Also mit ihm habe ich mich immer ausgetauscht. Er war sehr, sehr gut mit Trading. Wir machen kein Trading. Aber er hat getradet, war mein Sparringpartner und hat auch wirklich sehr, sehr viel Geld gemacht. Und ist aber über Nacht gestorben und hat eigentlich drei Kinder hinterlassen. Und das war so mein Schlüsselmoment. Das war 2019 auf 2020, wo ich gemerkt habe, wow, es kann so schnell gehen. Wo investierst du deine Lebenszeit? Und dann kam ja Corona 2020. Bei uns haben sich alle Budgets gestrichen in der Firma. Und dann hat mein Chef gesagt, ja Marc, geh mal in Urlaub. Wir schauen, was wir mit dir machen, wenn du zurückkommst und so. Da habe ich gesagt, nee, ich will meine Zeit wirklich da investieren, wo mein Herzen liegt, wo mein Interesse liegt. Und das waren die Kryptowährungen. Da habe ich meinen gut bezahlten Job, also ich hatte perfekte Work-Life-Balance, also wirklich besser geht es eigentlich gar nicht. Da habe ich gekündigt, weil ich einfach gesehen habe, wie gesagt, hier kommt was auf die Welt zu, was die Leute nicht verstehen. Und es gibt so viele Scharlatane, sage ich jetzt mal, im Netz. Oder die hier, next the coin geht 100x durch die Decke und das musst du machen. Und hier, heutzutage investieren mit KI und all dieses Zeugs. So viel Quatsch, was da ist. Und da habe ich einfach gesagt, es gibt eine Nische, professionelle, auch bis zu einem gewissen Grad eben regulierte Beratung, sage ich mal. Es ist mehr Mentoring, Coaching, was wir machen, nicht klassische Beratung, aber was einfach fehlt. Und ich habe einfach so viel Wissen, was ich angehäuft habe, Praxiswissen, theoretisches Wissen, eben als ingenieurstechnischen Background kann ich das auch sehr, sehr gut interpretieren, was da auf technologischen Ebene auch läuft. Und so sind wir jetzt mittlerweile halt zur Investment Academy gekommen und sind mittlerweile ein kleines Team, haben von Einsteigen bis Profistrategien alles, voller Fokus auf die Kryptowährungen. Und für mich ist es einfach wirklich dieser neue Markt, der sehr viel Freude bereiten wird, glaube ich. Und wir haben noch einen zweiten Stand bei, das heisst Hilfe bei Kryptobetrug. Also wenn irgendwie ein Finanzbetrug irgendwo passiert wurde, Leute über den Tisch gezogen wurden. Irgendwann kommen immer oder mittlerweile oft Kryptowährungen mit ins Spiel und da helfen wir auch den Leuten teilweise ihr Geld zurückzuholen. Aber das ist ein anderes Thema. Das habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ich glaube jetzt noch, ja, also, lernt man mich ein bisschen besser kennen, woher das Ganze kommt und warum ich das gemacht habe. Ja, das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Vielen Dank, weil das ist, du hast es gerade angesprochen, der klassische Kryptomensch, der da draußen unterwegs ist, Kryptoinfluencer, nenne ich es mal in Anführungszeichen, den kennt man leider häufig neben ein, zwei, drei seriösen, erkennt man dann, ah, dieser Coin geht mal 100. Warum? Ja, weiß ich nicht, aber ich habe das im Gefühl, der ist ja gerade nur einen Cent wert und der ist bestimmt mal irgendwann 100 Euro wert und da ist so viel zwischen, das muss man mitnehmen. Und das hat ja gar nichts mit der Realität zu tun, deswegen sehr gut, deswegen finde ich es ja so klasse, dass du eben seriös über diese Themen berichtest und realistisch bist. Und bevor ich da gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehe, ja, das Thema Altcoins, also alles, was nicht Bitcoin ist, die Alternativen, wie du dazu stehst, wie man da vielleicht auch sich durchnavigieren kann, ist für mich nochmal eine Frage angeknüpft an die Frage, wo wir auf der Welt stehen. Du hast gesagt, die Welt ist schizophren, weil die Märkte und die Realität völlig entkoppelt voneinander sind. Ist die US-Wahl, die ja in diesem Jahr ansteht, vielleicht etwas, was damit aus deiner Sicht zu tun hat und in dem Zusammenhang direkt die Anschlussfrage, wie ist aus deiner Sicht das ganze Kryptouniversum auf die US-Wahlen ausgelegt? Und meine Zuschauer, ich, wir konzentrieren uns viel natürlich auf das Thema Gold und Rohstoffe, es ist aber super interessant zu wissen, wie ist es beim Bitcoin, weil die Parallelen zwischen Gold und Bitcoin eben da sind. Was glaubst du, was kommt auf uns zu in diesem Jahr oder auch im Jahr danach? Ganz ehrlich, wenn wir uns die breite Masse anschauen, also sei es einfach aus den Gesprächen, aus meinem Umfeld mit Kunden, die breite Masse, die ist nicht in diesen Markt investiert, der Kryptowern. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den wir sehen, du kannst über Google Trends gehen, ist jetzt nicht die akkurateste Zahl. Es gibt so viele Metriken, die du anschauen kannst, Social-Metriken auch, wo du einfach siehst, in diesem Markt ist niemand in Anführungs- und Schlusszeichen drin. Wer ist investiert bei den Kryptowern? Das sind die Leute, die das Potenzial sehen, die den Markt grundsätzlich auch verstehen, auch schon eine gewisse Zeit drin sind und deshalb auch nicht verkaufen, weil sie einfach sehen, was hier wirklich kommt. Gerade Bitcoin, absolute Knappheit, was wir noch nie in der Menschheit so gesehen haben, dass ein Asset, ich sage jetzt bewusst ein Asset für Bitcoin, andere sagen das eine Währung oder Geld, aber es gibt nichts, was so rar und knapp ist wie Bitcoin. Und wir haben so viel erlebt in den letzten anderthalb Jahren von den ganzen Crashes weltweit über FTX und weiss ich was alles und die Leute verkaufen nicht. Aber die Leute, die spekuliert haben, die sind raus. Das merkt man einfach. Und obwohl wir jetzt diese ETFs sehen, diese Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, die zugelassen wurden, da wird fleissig gekauft, aber es ist trotzdem niemand in diesem Markt. Die breite Masse ist nicht da. Das heisst, die Leute, die investiert sind, das sind die Enthusiasten, das sind die frühen Investoren, die das langfristige Potenzial auch sehen. Das heisst, dieser Markt ist für mich komplett losgelöst nochmal von allem anderen, was wir sehen. Also das heisst, US-Wahlen, glaube ich, haben kurzfristigen kleinen Einfluss. Aber ich glaube, egal wer da Präsident wird, respektive was da passiert, wird es keinen direkten Einfluss auf die Kryptowährungen haben. Den Einfluss, den wir sehen, ist ganz klar eben solche Events wie, jetzt können plötzlich die Grossen investieren, da kommt mehr Geld, es gibt Legitimation. Die Regulierung nimmt immer zu, wird immer klarer in den USA. Wir sehen ja in Europa auch, in der Schweiz, Hongkong haben ja mehr oder weniger klare Regulierungen. Und ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis, egal wer Präsident wird, wird es in den USA mehr Klarheit geben. Das ist nicht die Frage ob, sondern die Frage wann. Und deshalb sage ich, die Leute, die früh da drin sind und die das auch verstehen und das sehen, was hinter den ganzen Medienmitteilungen immer wieder steckt oder was man liest, wie negativ und so weiter, über die Kryptowährungen. Also, wenn man weiss, was hinter den Kulissen wirklich so passiert, dann kann man gar nicht anders als bullisch sein. Das ist jetzt keine Finanzberatung, aber das ist einfach meine persönliche subjektive Meinung, oder? Und deshalb, dieser Markt ist noch so klein, er ist noch nischig, aber das bringt genau eben auch die Vorteile, wie ihr zum Beispiel auch mit euren kleinen Firmen, die ihr raussucht im Bergbau, oder wenn man diesen Markt versteht und den auch analysieren kann, dann gibt es so enorme Chancen. Und das ist genau das auch, wie ich den Markt der Kryptowährungen sehe. Geopolitisch, ja, hat immer ein bisschen kurzfristige Einflüsse und so weiter, aber on the long term, mittelfristig, in den nächsten Jahren, bin ich persönlich absolut bullisch. Absolut bullisch. Du sagtest, dass sehr wenige Menschen, und das ist ja ganz offensichtlich, das Volumen von Bitcoin ist immer noch verhältnismäßig doch recht gering, oder beziehungsweise die Marktkapitalisierung. Was muss denn passieren, dass dieser Fall mal eintritt, dass mehr Menschen sich auf den Bitcoin oder auch Kryptowährungen stürzen? Ich sage jetzt mal ganz provokativ, weil einfach zu sagen, nun ja, wenn sich jetzt mehr Menschen auch für meine Armbanduhr plötzlich interessieren, weil es meine ist, habe ich auch eine extreme Nachfrage, Preis geht hoch. Aber welches Event muss aus deiner Sicht passieren, oder welche Legitimation muss vielleicht jetzt noch passieren, zusätzlich zu den ETFs, dass dieser langfristige, enorme Wachstum, den ja viele sehen, und wo ich mich auch anschließe gerne, was muss da passieren aus deiner Sicht, dass da wirklich diese grosse Welle nochmals wiederkommt? Ich glaube gar nichts, ehrlich gesagt. Ich komme gleich auch darauf, warum. Nur kurz zu den Dimensionen, die du angesprochen hast. Marktkapitalisierung von Bitcoin ist ungefähr eine Billion Dollar, also auf Deutsch, eine deutsche Billion. Das hat gerade Berkshire Hathaway überholt. Gold, Marktkapitalisierung ungefähr 12, 13 Mal grösser. Einfach, dass wir Silber von der Marktkapitalisierung etwa doppelt so gross wie Bitcoin. Einfach, dass wir hier mal die Relation sehen. Also der Markt ist extrem klein, ganz ehrlich. Was muss passieren? Ganz ehrlich, ich glaube nichts. Ich werde sehr, sehr oft gefragt, wer muss jetzt kommen und was muss passieren, oder? Ich glaube, stetig Tropfen höhlt den Stein. Also je mehr die Leute auch sehen, ich meine, du kannst Bitcoin in jeder erdenklichen Währung messen, sei es in Dollar, in Euro, in Schweizer Franken. Die Kaufkraft steigt über die Zeit oder ist historisch über die Zeit immer gestiegen in Bitcoin, oder? Und das merken immer mehr Leute. Und durch das ist jetzt die ETFs auch legitimiert wurden und da sind. Die einen sehen das kritisch, die anderen wieder weniger, oder? Aber Fakt ist, das spült logischerweise mehr Kapital, einfacheres Kapital in den Markt rein. Da braucht es aus meiner Sicht gar nicht diesen Event hier, dass jetzt boom, alles geht durch die Decke. Das sehe ich gar nicht, weil die Marktkapitalisierung so klein ist, auf jeden Fall ein Schlusszeichen. Da braucht es gar nicht mal so viel, dass es einfach einen extremen Preisanstieg auslösen wird. Und je mehr Leute merken, wo oder dass sie mit ihrem Geld was anstellen müssen, weil auf dem Bankkonto ist das Dümmste, was man machen kann, dann kommen immer mehr Leute zu den Kryptowährungen und zu Bitcoin auch. Ein ganz spannender Aspekt, den ich auch finde, ist folgender. Ich werde ja ziemlich bald auch ein YouTube-Video darüber machen. Micro-Strategy ist ja eigentlich eine der bekanntesten, wenn man in diesem Markt der Kryptowährungen unterwegs ist, ist man über Micro-Strategy schon mal gestolpert. Es ist ein Technologieunternehmen aus den USA, ungefähr 500 Millionen Gewinn machen sie ungefähr pro Jahr, rund 2.500, 600 Mitarbeiter. Die haben jetzt ungefähr 190.000 plus minus Bitcoin auf dem Balance Sheet. Okay, so weit, so gut. Die stehen jetzt eigentlich kurz davor, in den S&P 500 aufgenommen zu werden. Wird wahrscheinlich früher oder später passieren. Gut, was bedeutet jetzt das? Der S&P 500 ist einer der beliebtesten Indizes, wo Investoren weltweit passiv sparen und investieren. über Finanzvehikel in den S&P 500, so ein bisschen vereinfacht gesagt. Stellen wir uns mal vor, jetzt kommt Micro-Strategy in den S&P 500. Bitcoin steigt im Preis. Macht Micro-Strategy wertvoller. Macht Kapitalisierung. Je wertvoller du bist im S&P 500, je weiter vorne kommst du hin im Rang und desto mehr von diesem investierten Geld fliesst auch in die Aktie Micro-Strategy. Microsoft hat ungefähr 7% Anteil im S&P 500 auf dem ersten Rang. Zweiter Platz ist Apple und so weiter. Und je weiter vorne du kommst, desto mehr Kapital fliesst sozusagen in deine Aktie. Das heisst, es kann so einen positiven Feedback-Loop geben. Das ist einfach nur so ein Gedankenexperiment. Bitcoin steigt, Micro-Strategy wird wertvoller. Mehr Kapital fliesst in die Aktie, die können wiederum damit mehr Bitcoin kaufen. Wenn der Bitcoin-Preis weiter steigt, wird die Firma wieder wertvoller. Sie steigt weiter im Rang S&P 500, fliesst wieder mehr Kapital rein. Das könnte so einen positiven Feedback-Loop geben, dass Leute indirekt über S&P 500, über Micro-Strategy in Bitcoin investieren. Und das sind all solche Dinge, die ich sehr, sehr spannend finde, auch einfach mal zu betrachten, was hier passiert. Reddit zum Beispiel hat gerade auch, gestern kam die Nachricht raus, also je nachdem, wie das Video jetzt hier rauskommt. Reddit, ein sehr bekanntes Social-Media-Portal sozusagen, haben jetzt auch mitgeteilt, dass sie Bitcoin, Ether, also die zweitgrösste Kryptowährung, und Matic gekauft haben. Also wir sehen auch hier den Trend, dass Firmen immer mehr auch in die Kryptowährung gehen, für das Balance-Sheet. Oder eben auch das Thema, was ihr hier macht, mit den ganzen Mining-Themen, das professionalisiert sich immer mehr. und es wird auch immer spannender, dass solche Firmen Aktien gekauft werden. Also wir sehen hier einfach stetig, Tropfen Hültenstein macht den Markt grösser, aufmerksam wird grösser. Es braucht nicht diesen Bums-Event, sage ich jetzt mal, um das, ich sage jetzt mal, in höhere Sphären zu katapultieren. Okay, verstehe ich. Du hast vorhin gesagt, dass du glaubst, dass der Bitcoin schon ein Stück weit von der Geopolitik beeinflusst wird, von Ereignissen jeglicher Art, aber doch ein Stück weit abgekoppelt ist. Angenommen jetzt mal, die Riesenprobleme, die wir auf der Welt so haben, wirtschaftlich betrachtet. Ja, wir haben in den USA Sachen, die nicht so ganz zusammenpassen. Ja, wir haben ein paar große Unternehmen, die den Index oben halten, aber im Endeffekt ist die Frage, wie lange noch. Ja, das ist mal eine Frage, die ich mir stelle. Auf der anderen Seite haben wir, Immobilienkrise in China, der chinesische Aktienmarkt, der ist am Brodeln. Wenn da mal wirklich dieses Black Swan Event wieder kommt, wie 2008, die Lehman-Krise. Damals war Bitcoin zwar schon irgendwie da, beziehungsweise ist ausgrund dieser Krise entstanden, aber Bitcoin hat eben nicht so einen langen Track Record, wie jetzt zum Beispiel Gold, wo man genau sehen kann, wie hat sich Gold bei den letzten X-Krisen verhalten. Was ist denn, du bist ja sehr tief in dem Thema drin, führst da viele Interviews, hast dich, wie du sagst, enorm weitergebildet und reingearbeitet. Was könnte denn aus deiner Sicht bei einem Black Swan Event mit dem Bitcoin passieren? Ist das dann der große Aufstieg? Wird der darunter leiden? Da hat man ja noch gar keine Zahlen. Was sagt denn da dein Gefühl und deine Expertenmeinung? Also kurzfristig, wie gesagt, kurzfristig wird auch der Bitcoin darunter leiden. Also im Sinne von, wenn es wirklich so ein schwarzer Schwan Event gibt, wo niemand mit gerechnet hat. Die Frage ist einfach, was ist noch ein schwarzer Schwan heutzutage? Immobilienkrisen kennen wir, Corona-Lockdown kannten die Börsen nicht, kennen wir mittlerweile. Ja, was ist überhaupt noch ein schwarzer Schwan? Ja, vielleicht ein dritter Weltkrieg oder die Aliens, die hatten wir noch nicht, oder? Dass irgendwie sowas kommt, was wirklich komplett abstrus ist, was die Welt noch nicht kennt, oder? Aber Lockdowns, glaube ich, ist kein schwarzer Schwan mehr, kennen wir mittlerweile. Die Frage ist immer, was ist ein schwarzer Schwan Event? Aber wenn er kommt, ganz ehrlich, da müssen wir auch nicht die rosa-rote Brille anhaben, da wird alles verkauft, um einfach kurzfristig kurz zu Geld zu machen. Aber das sind genau die megacoolen Chancen, die ich sehe, wo du dann halt wirklich schnell sein musst. Weil die Frage ist ja, nach so einem schwarzen Schwan Event, was passiert mit dem Investment? Egal, ob es jetzt Immobilien sind oder Rohstoffaktien bei euch, Gold oder Bitcoin. Was passiert danach? Oder? Und das ist ja die spannende Frage. Wird ein Markt in Zukunft da sein? Hat er eine Daseinsberechtigung? Ja oder nicht? Ja oder nein? Und das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und ich bin ganz klar der Überzeugung, dass Bitcoin, die Kryptowang, vereinzelte Kryptowang, vor allem aber Bitcoin, wenn wir mal bei diesem Thema bleiben, die lösen effektive Probleme. Und das ist so, nennen sie mir das Ingenieursproblem. Das Ingenieursproblem bedeutet, ein Ingenieur hat eine coole Technologie und dann sucht er ein Problem, das er damit lösen kann, was vollkommen falsch ist. Eigentlich richtig, das musste ich auch lernen in meiner Karriere, du hast ein Problem und suchst dann die richtige Technologie, die es löst, oder? Und die Frage ist immer, welche Probleme haben wir auf der Welt und wie können sie gelöst werden? Und eben diese Spartechnologie, absolute Knappheit, etwas, was nicht, einfach so aus dem Nichts erstellt werden kann, gedruckt werden kann, abgebaut werden kann, im Sinne von, dass es plötzlich dann mehr gibt, zum Beispiel, oder? Das ist Bitcoin, das kennen wir noch nicht, oder? Aber das ist so neu, das Konzept, da muss man sich zuerst mal daran gewöhnen, das verstehen und so weiter und das braucht natürlich Zeit. Aber ich sage mal, Bitcoin löst ein Problem und deshalb sage ich auch, dass nach einem schwarzen Schwan Event, was auch immer das ist, der Markt wird da sein und solche Events, 20, 30, 40, 50 Prozent Korrekturen, das wäre das absolut Genialste, aus meiner Sicht, also ich würde mich extrem darüber freuen, persönlich, wenn das passieren wird, um mehr zu investieren. So sehe ich das Ganze. Also wie gesagt, kurzfristig wird auch Bitcoin sehr, also wird auch Bitcoin davon betroffen sein, weil du kannst auf Knopfdruck extrem schnell liquide werden, was mit Immobilien zum Beispiel nicht geht, oder aber mit Bitcoin, wow, Knopfdruck, Millionen verkaufen, kaufen, kein Problem. Natürlich, viele haben ja auch Margin Calls, sie müssen einfach verkaufen, deswegen geht ja in der Krise eben auch, also im grossen Crash jedes Asset erstmal runter, aber es ist sehr spannend, was du sagst, du bist fest davon überzeugt, dass der Markt eben danach eine Daseinsberechtigung hat, dass sich das Geld danach schnell wieder in den Markt sammeln wird und dass der Markt eben nach einem möglichen Crash auch schnell wieder nach oben kommen wird. Genau. Aber wie gesagt, wenn die Menschen ein Problem haben und es gibt eine Technologie, die dieses Problem löst, dann wird die auch sich durchsetzen. Und da muss man jetzt halt selber entscheiden, löst Bitcoin wirklich ein Problem, ja oder nein, ich sage ganz klar ja, einfach aufgrund, wie ich diesen Markt verstehe, wie ich, was ich hinter dem Bitcoin sehe zum Beispiel, oder? Und es gibt noch einen weiteren, das ist ein bisschen theoretischer Ansatz, aber es gibt so den Lindy-Effekt, das heisst, wenn ein nicht verderbliches Gut wie eine Technologie zum Beispiel eine gewisse Zeit vorhanden ist auf dem Markt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die mindestens noch mal so lange am Markt bestehen bleibt, oder? Das heisst, wenn ein, und Bitcoin gibt es ja schon seit 15 Jahren, das muss man sich mal überlegen, Bitcoin ist seit 15 Jahren, klar, gegen Gold ist es einmal nichts, aber es ist nicht so, dass Bitcoin jetzt erst fünf Monate da ist, sondern 15 Jahre. klar, wir hatten noch nicht so massive Crashs, und zwar hatten wir nicht, aber 15 Jahre ist es da, nach dem Lindy-Effekt heisst es, ja, es wird mindestens, mindestens noch mal 15 Jahre da sein, also ich glaube noch viel, viel länger, aber ja, werde ich jetzt auch schweifen. Okay, spannend, aber da kann ich direkt anknüpfen, ja, weil wir haben ja nicht nur den Bitcoin im Krypto-Universum, und jetzt hast du zwei spannende Sachen gesagt, erstens, du glaubst, dass nach einem Crash, einer Krise, das wieder kommen wird, ja, was man wirklich braucht, welche Märkte sich als nützlich erwiesen haben, da siehst du Bitcoin ganz groß, und du hast auch gerade den Effekt angesprochen, dass ein Asset eben quasi nach einem Crash noch mal so lange da sein wird, wie es schon da war. Was ist denn mit den ganzen alternativen Coins? Also natürlich gibt es da auch große, die klammern wir jetzt vielleicht mal geistig ein bisschen aus, die man alle so kennt, was ist mit diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal salopp gesagt, Shitcoin-Universum? Es sind ja extrem viele Dinge da draußen, wo man eben den 14-jährigen Influencer hat, wie wir ihn vorhin hatten, der sagt, das geht mal 100, obwohl ich nicht weiss, warum. Und dieser Markt, der besteht ja, und da verdienen ja auch Menschen aktuell riesen Summen. Was siehst du für diesen alternativen Markt in den Kryptowährungen? Was siehst du da in Zukunft auf uns zukommen? In einem Good-Case-Szenario, aber auch in einem Crash-Szenario, was passiert mit diesem Markt? Sehr gute Frage. Ich bin sehr eine offene Persönlichkeit. Das heisst, auch bei uns in der Investment Academy, wir sagen unseren Kunden nicht, du bist blöd, wenn du das nicht machst, oder du musst das machen. Das ist einfach der komplett falsche Ansatz. Was wir zum Beispiel immer wieder sehen, dass ja Leute, die sehr, sehr überzeugt sind vom Bitcoin, die sind in einer missionierenden Phase unterwegs. Oder ja, du musst das, und du bist blöd, wenn du etwas anderes machst. Ich sage es immer so, was mich Bitcoin gelehrt hat, ist Freiheit, all diese Themen, die mit Bitcoin verknüpft werden. Jeder kann mit seinem Geld machen, was er möchte. Ich kann, mir ist es schnuppe, was du mit deinem Geld machst, solange du mir nicht in, wie sage ich, in mein persönliches Umfeld irgendwie reingrätschst oder so, kannst du kaufen, was du willst. Und da können die Leute Hunde-Coins, Frosch-Coins, keine Ahnung, Helikopter-Coins, was es alles gibt, können die alles kaufen. Ja, fair enough, oder? Das Problem ist einfach immer, ich meine, die Realität, wie schaut sie aus? Die Leute sehen vielleicht das Potenzial, was machen sie? Gehen auf YouTube, gehen ein, welchen Coin 2024 100x? Und dann kommen eben all diese YouTuber, die gesponsert werden, teilweise von diesen Projekten, und sagen, ja, das musst du kaufen. Ich nenne es immer wieder so, das typische YouTuber-Portfolio. Also, wenn sich Leute bei uns melden, dann machen wir auch so eine Portfolio-Analyse, wo stehen sie und so, oder? Und ich sehe da einfach in den letzten Monaten, anderthalb Jahren, so das typische YouTuber-Portfolio. Wie schaut das aus? Vielleicht hat es Bitcoin drin, meistens nicht, weil ja, es ist ja veraltet, viel zu teuer und so weiter, oder all diese Dinge. Es hat ein bisschen Ether drin, die zweitgrösste Kryptowährung. Und dann ist sicherlich drin, Solana, Cardano, Ripple, V-Chain, die sind immer drin. Weil das sind so die typischen, die man immer wieder liest und hört auf YouTube, so die Influencer. Das sind einfach, die Leute sind einfach zu faul. YouTube, was muss ich kaufen, das kaufe ich. Und das ist natürlich eine extreme Bubble, die ist da. Die ist da, weil sie einfach, ja, sie macht Spass, sie ist neu, sie ist aufregend, sie ist spannend und das fasziniert die Leute auch. Aber das Problem ist, die Kehrseite der Medaille. Sie kümmern sich ja nicht darum, ob das wirklich Sinn ergibt oder nicht, oder? Bei euch wahrscheinlich anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bergbauaktie kaufen müsste, würde ich auch mal bei YouTube starten. Ich würde sie jetzt nicht kaufen, weil ich ja ein bisschen weiter denke, ich würde mich mit dem Markt zusätzlich befassen, aber das ist immer der Startpunkt, oder? Und die meisten Leute gehen nicht den nächsten Schritt. Ich persönlich, ich bin auch kein Fan von einem breiten Altcoin-Portfolio. Warum? Wir kennen all das, man legt nicht alle Eier in einen Korb. Man sollte diversifizieren. All diese Dinge, die man immer wieder hört. Jetzt, wenn man aber den Markt der Kryptowährung kennt, dann sind 88% plus minus, 88% der gesamten Marktkapitalisierung wird durch Bitcoin und Ether, die zwei grössten Kryptowährungen, abgedeckt. Das heisst, die restlichen 12% plus minus sind alle anderen Tausenden, Zehntausenden Altcoins. Du hast genau Shitcoins, oder? Also muss man sich einfach mal überlegen, die zwei grössten sind eigentlich marktbeherrschend. Das heisst, wenn ich jetzt einfach ein breites Portfolio an mir aufbaue, wir hatten mal einen Kunde, der hatte über 95 Kryptowährungen, ich kann nicht mal so viel aufzählen. Also völlig sinnlos. Und ich meine, die Realität ist dann, die Leute kaufen sich irgendwas, weil sie es eben auf YouTube gesehen haben, wissen aber nicht, wann soll ich Gewinne mitnehmen, macht das Projekt überhaupt Sinn, was steckt dahinter? Und die bewegen sich sowieso ähnlich wie Bitcoin und Ether. Wenn die nach oben gehen, geht der Gesamtmarkt nach oben, wenn Bitcoin nach unten geht, geht die Gesamtmarkt nach unten. Einfach ein bisschen übertriebener, wie jetzt, wenn du Gold kaufst, macht es ein bisschen so, aber wenn du eine Minenaktie kaufst von Gold, dann hat das auch mehr Bums drin. So kann man das sich so ein bisschen vor Augen führen. Und deshalb, so ein breites Altcoin-Portfolio macht aus meiner Sicht gar nicht so viel Sinn. Das Diversifizieren bezieht sich eigentlich darauf, hat man Rohstoffe, Aktien, Edelmetalle bereits, vielleicht auch Immobilien, dann kann man dieses Portfolio diversifizieren mit den Kryptowaren, mit den richtigen. Aber das Portfolio sollte eigentlich auch so aufgebaut werden, dass es auch zu einem passt. Eben, ja, wenn man tradet, sieht es wieder anders aus. Ist man langfristig investiert oder ist man jünger oder älter, dann schauen die Portfolios ein bisschen anders aus. Aber wir schiessen zum Beispiel extrem gegen diese breiten Altcoin-Portfolios. Ich sage nicht, ich schiesse nicht gegen die Altcoins. Da gibt es ein paar Dinge, die man machen kann. Aber einfach den Markt richtig aufzubauen, zu sichern, zu nutzen, da kann man auch mit Leverage arbeiten. Ich bin eher ein Fan von Leverage anstelle breites Altcoin-Portfolio, aber ist ein anderes Thema. Und das sind einfach, dieser Markt funktioniert komplett anders wie ein Aktienmarkt. Und viele, die den Aktienmarkt kennen, eben breit diversifizieren und bla 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 und so weiter. Die wollen diese Konzepte bei den Kryptowährungen anwenden und das ist fatal. Dann lass uns da gerne nochmal ein Stück weiter reinsteigen, weil der Markt, vor allem der Altcoins, ist für mich weitgehend fremd. Das muss ich offen zugeben. Wenn ich mir eine Rohstoffaktie ankurle, gerade die kleinen Explorationsfirmen, niedrige Marktkapitalisierung, dann reicht mir meistens ein kurzer Blick auf die Website, kurzer Blick in die Präsentation, um relativ schnell sagen zu können, interessant, schaue ich mir nochmal detaillierter an oder zu sagen, weg. Wie ist das bei alternativen Coins? Bitcoin kennt ja jeder und du sagtest ja gerade, es sind durchaus auch Möglichkeiten da, mit den Alternativen Geld zu verdienen, aber wie kann ich da überhaupt sehen, wo Potenzial ist? Wie geht man da vielleicht vor? Oder sagst du, naja, das machst du selber gar nicht, du leveraged eher den Bitcoin. Nimm uns da mal gerne ein bisschen mit in diese Welt. Wie finde ich das heraus? Also wir haben bei uns auch ein sogenanntes Framework nennen wir das, wo wir ganz klar auch unseren Kunden zeigen, die interessiert daran sind, wirklich Projekte zu analysieren. Da haben wir ganz klare Kriterien, Fragenkatalog, die bewertest du mit gewissen Zahlen, mit einer Gewichtung oder du bist über eine längere Zeit, schaust dir ein Projekt an, testest es aus, bist dabei, stellst wirklich kritische Fragen und am Schluss kommt irgendwie so ein Score heraus, also eine Zahl zwischen 0 und 10 und die sagt dir dann, okay, wenn ich bei 10 bin, investiere ich so viel, wenn ich bei 1 bin, investiere ich so viel. Das ist aus meiner Sicht die richtige Herangehensweise, genau ähnlich wie man das halt aus anderen Märkten kennt. Die Wahrheit ist aber, wie gesagt, die Leute, die schauen sich irgendwo was ab, hören irgendwo ein Projekt vom Hörensagen, an der Arbeit, der Kollege hat mir das gesagt, keine Ahnung wer, und dann investieren die und glauben dieses Bullshit-Bingo der Präsentation. Ja, es ist einfach, es ist Fakt, oder? So ist einfach die Wahrheit, weil die Leute können diesen Markt gar nicht einschätzen, weil das ist so komplett anders, wie gesagt, der funktioniert anders und wir haben zum Beispiel im Bullenmarkt 2017, 2018, da war so die ICO-Bubble, das heisst Initial Coin Offering, da hatte jeder seinen eigenen Coin, seinen eigenen Token rausgeben können, innerhalb von 5 Minuten, schöne Webseite, schönes White Paper geschrieben, da gab es auch Dienstleister für 200 Dollar, konntest du die alles fix fertig einkaufen und die Projekte haben dann über Nacht Geld eingesammelt, im Millionenbereich und das ist natürlich völlig irre, völlig irre, aber das ist rein, ah, klingt gut, ja, kaufe ich, weil der hat es gesagt und das ist halt die Realität, das heisst, der Markt muss sich eigentlich noch entwickeln zu sehen, wie kann man die Projekte überhaupt analysieren und was macht überhaupt Sinn und was nicht und das ist die grosse Schwierigkeit, wo man eigentlich entweder sich selber erarbeiten kann oder man holt sich halt Unterstützung von jemandem, der das alles schon durchgemacht hat, weil ich gebe dir eine Geschichte, ich habe dazu mal auch einen Coin gekauft, der heisst Tron, weiss nicht, ob du den kennst, weisst du, oder was glaubst du, warum habe ich den gekauft dazu mal, einfach rate mal, Tron erinnert mich jetzt an einen Film, vielleicht bist du ein paar Jahre älter als ich, ich weiss nicht, ob der ganz in deine Zeit reinkommt, aber wahrscheinlich hast du irgendwas sehr Positives, Abgespacedes und Positives mit dem Coin verknüpft, das wäre jetzt mal die dümmste Erklärung, die mir einfällt. Perfekt, perfekt, perfekt auf den Kopf getroffen, es war wirklich, ich habe den Film Tron gesehen, ich fand den wirklich cool, so, ja, Name klingt doch cool, Bullenmarkt, ja komm, ich kaufe das Ding, also ich meine, ich habe diesen Fehler auch gemacht, solche Dinge, habe ich alles auch gemacht und deshalb kann ich da aus den Vollen dagegen auch schiessen, weil ich all diese Fehler selber gemacht habe und die immer wieder sehe und auf YouTube erzählen die halt auch alle, ja, du brauchst ein breites, diversifiziertes Portfolio, du musst Gaming-Tokens kaufen, der nächste Bullshit, der kommt, sind die AI-Token, also künstliche Intelligenz-Token und dann, wenn du einfach mal so aus, aus Marktsicht, aber auch aus technologischer Sicht, setzt du dich mal hin und dann überlegst du dir, okay, die haben vielleicht eine Idee, was sie jetzt mit ihrem Projekt machen möchten, sei es zum Beispiel Rechenleistung für künstliche Intelligenz zur Verfügung zu stellen, okay, warum zur Hölle brauchen die jetzt ihren eigenen Token? Warum? Das Hauptargument ist dann, ja, du kannst dann diese Rechenleistung einkaufen, und dann denke ich mir, okay, kann ich ganz einfach auch mit Paypal, Kreditkarte oder weiss ich was machen, wieso zur Hölle brauche ich einen Token und dann kommt nichts mehr? Ja, brauchst du den halt einfach, oder? Und die Leute investieren dann, weil sie sagen, ah, AI, super Ding, da kannst du dir Rechenleistung kaufen, ob das alles Sinn ergibt, hinterfragen die Leute gar nicht. Und auf YouTube sagen sie, ja, du musst jetzt hier in den Sektor künstliche Intelligenz investieren und Sektor Gaming, aber ob das schlussendlich wirklich ein Business Case ist, was Sinn ergibt, hinterfragen die wenigsten. Kurzfristig kann man da natürlich von einem Hype mit profitieren und Geld verdienen, aber das ist einfach ganz ehrlich, das ist Casino. Und so bin ich nicht aufgestellt. Braucht es Regulierungen? Also wir sehen das bei uns im Bergbau, da ist über die letzten 20, 30 Jahre enorm viel passiert. Also du darfst nicht einfach als Firma behaupten, wir hätten ein Loch gebohrt und Lithium gefunden. Du musst Proben nehmen von unabhängigen Laboren, die Börse muss das bestätigen, da gibt es ganz gewisse Regularien, was ich tun muss, bevor ich etwas behaupten darf. Eben weil in der Vergangenheit vor 20, 30, 40 Jahren viel Schindluder damit getrieben wurde. Das heißt, heutzutage gibt es umwelttechnisch, ressourcentechnisch und so weiter, alles ist vorgeschrieben im Bergbau. Braucht es sowas auch für die, nennen wir sie Shitcoin-Welt? Braucht es Regularien, um zu sagen, ja, das muss ein Coin liefern, um überhaupt erstmal als seriös wahrgenommen werden zu können? Wie siehst du das? Ich habe so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz ist das liberale, vielleicht sogar libertäre Herz, das sagt, hey, du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Wenn du dir halt nicht Gedanken machst, dann kaufst du halt den Hunde-Coin. Dein Problem. Dein Problem. Wenn du gierig bist und auf einen Influencer hörst, so what? komm nicht zu mir, komm nicht zum Staat, geh da nicht weinerlich hin und weiss ich was. Das ist so ein bisschen das Freiheitsliebende, oder? Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, das ist eben das andere Businessmodell, was wir haben mit dem Hilfe bei Kryptobetrug, wo halt wirklich sehr, sehr viel Bullshit gemacht wird. Also, man sieht da zum Beispiel sehr, sehr oft, dass Werbung geschaltet wird in den sozialen Medien, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, wo wirklich Leute sagen, hier mit 250 Euro, Schweizer Franken, Dollar, kannst du in Öl investieren. Oder in einen AI-Trading-Bot. Oder in Rohstoffe, teilweise auch Kakao, Schokolade, Kaffee, auch wie gesagt Gold, Silber, das kommt alles. Das sind so die Log-Angebote, wo Werbung geschaltet wird. Und wenn ich da teilweise die Schicksale höre, dann sage ich mir auch immer wieder, ja, scheiße, das ist schon ziemlich heftig, was hier alles gemacht wird. Und da braucht es mehr Regulierung. Aber wir haben zum Beispiel auch gesehen, nehmen wir das Beispiel Wirecard. Kennt, glaube ich, jeder. Du kannst noch so viel Regulierung fordern, wenn menschliche, kriminelle Energie im Spiel ist. Dann hilft dir keine Regulierung. Und ich bin auch kein Fan von Überregulierung, weil das killt auch wieder Innovation. Also ich bin so wirklich hier so zwiegespalten, aber ich bin tendenziell mehr auf der Seite, da bin ich ganz ehrlich. Weniger Regulierung hilft mir, mehr Eigenverantwortung, dass du dir überlegst, was du machst. Weil ganz ehrlich, nehmen wir das Thema Bergbau. Ich bin da naiv unterwegs, oder kannst du mich da gerne korrigieren. Aber wenn ich jetzt investiere in ein Unternehmen, wie gesagt, ich mache mir Gedanken dazu, davon gehe ich jetzt mal aus. Und es muss einfach sichergestellt werden, dass ich alle Informationen, die ich brauche, bekomme, sage ich jetzt mal. Natürlich, wenn jemand jetzt hier mit krimineller Energie unterwegs ist, dann fälsche ich das auch alles. Und ich kann jetzt nicht hier nach Australien fliegen und mir alles vor Ort anschauen. Aber da muss ich mir halt auch als mündiger, erwachsener Investor auch überlegen, wenn ich die Informationen nicht habe, will ich dann wirklich investieren? Oder auf der anderen Seite wird sich ein Markt etablieren, wo auch die guten Spieler nach oben kommen und vollkommen transparent, freiwillig auch die Informationen liefern, Beweise liefern, Leute einladen. Keine Ahnung, wie man das macht, oder? Aber der freie Markt löst dieses Problem aus meiner Sicht automatisch. Man braucht die Regulierung nicht. Und deshalb bin ich eher auf dieser Seite unterwegs, dass mit der Zeit der freie Markt weniger Regulierung grundsätzlich hilft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Vielleicht siehst du das anders. Also ich verstehe das mit den zwei Herzen. Das Freiheitsdenken, ich bin auch großer Fan von Freiheit, 100 Prozent. Beim Bergbau war es jetzt so, so speziell, das war früher, da gibt es Storys, das war früher, möchte ich anmerken, das geht heutzutage nicht mehr. Also es ist deutlich seriöser geworden. Da gab es dann eben Unternehmen, die haben gesagt, hey, wir haben zwei Millionen Unzen Gold im Boden. Juhu, richtig geil. Klar fließt dann das Geld und später hat sich herausgestellt, da war nie Gold. Wie gesagt, das geht Gott sei Dank heutzutage nicht mehr. Das heißt, da waren die Informationen da, die ich mir durchlesen konnte, dass die gefälscht waren, das konnte ich gar nicht wissen. Das ist eben was, wo ich sage, da braucht es aus meiner Sicht schon Regulierungen, aber natürlich grundsätzlich, je weniger Regeln, desto besser für alle. Aber mega, mega, mega guter Punkt. Ich habe letztens ein Projekt gesehen, da ist das Marketing, ich will jetzt hier nicht zu tief reingehen, auch keinen Namen nennen, weil das Ding ist live und ich kenne viele Personen, die da auch viel Geld investiert haben. Da geht es um ein gewisses Produkt, wo dann ein Token rausgegeben wird, wo man verdienen kann daran. Es ist so ein bisschen MLM, Multilevel Marketing, kennt man vielleicht von der Tupperware zum Beispiel, oder da macht man eine Party zu Hause, lädt man seine Kollegen ein und verkauft man denen was und dann kriegt man Geld dafür, oder? Ist auch so eine Welt, die einfach nicht, da ist nicht meine Welt. Machen wir beide regelmässig, die Tupper-Partys, meinst du? Genau, genau. Das ist genau unser Ding, ja. Genau, ich verkaufe noch Vitamine, wenn du brauchst, oder irgendwie so eine Nahrungsergänzung, ist auch so, oder Putz-Zeugs, oder anderes Thema. Und da ist das Marketing darauf ausgelegt, die sagen, wir laufen auf der Bitcoin-Blockchain. Wir haben so viele Bitcoin da und da, bla bla bla. Da habe ich mir das angeschaut. Innerhalb von zehn Minuten konnte ich sagen, das ist alles Bullshit. Warum? Dank der Blockchain kannst du alles einsehen. Wo sind welche Daten? Also das Thema Gold zum Beispiel. Wie gesagt, ich kann nicht in Fort Knox reinschauen oder in die Tresore von den Banken und schauen, wie viel Gold ist da wirklich drin. Bei Bitcoin, dank der Blockchain, kann ich in Echtzeit überprüfen, dann kann ich jemandem sagen, okay, gib mir mal deine Wallet-Adresse, wo deine Bitcoin sozusagen drauf sind, dann kann ich das selber als Privatperson mit einem Klick überprüfen, dann stimmt das oder stimmt das nicht. Diese Demokratisierung der Daten, diese Transparenz, die erlaubt mir genau das zu überprüfen. Es wird auch immer wieder mal angedacht, ja, eine goldgedeckte Kryptowährung, das ist auch so eine Idee, oder dann hat es einen inneren Wert, in Anführungs- und Schlusszeichen, diese Kryptowährung. Okay, aber hier kommt wieder das Ingenieursproblem zum Zuge. Wenn ich jetzt eine Firma trauen muss, die gibt eine Kryptowährung raus und die sagt mir, die ist hundertprozentig mit Gold gedeckt. Dann sage ich, ich kann das nicht überprüfen. Ich kann das nicht überprüfen. Die zeigen mir dann irgendein Zertifikat, hier diese Ernest & Young oder keine Ahnung, KPMG, schieß mich tot, die hat das jetzt hier validiert, das stimmt. Woher weiss ich, dass das Dokument nicht gefälscht ist. Zeig mir das. Und das ist genau das, was die Kryptowährungen neu revolutionär hervorbringen. Das sehen wir auch bei den ETFs. Da hat es gewisse ETF-Anbieter gegeben, die haben gesagt, hier, das ist unsere Wallet-Adresse, können die genau überprüfen, wie viele Bitcoin wir da haben und so weiter. Diese vollkommene Transparenz, die kannten wir bisher nicht. Und das ist genau etwas, unter anderem, was die Kryptowährung, was Bitcoin genau eben auch technologisch fördert und Innovationen bringt. Jetzt hast du mir perfekt für meine letzte Frage in die Karten gespielt. Die vollständige Transparenz. Marc, da fällt mir direkt, da fällt mir direkt was ein, oder eine Gruppe von Menschen und Organisationen, die da überhaupt gar kein Interesse dran haben. Glaubst du, dass wir jemals zu dem Stand kommen, also die Zentralbanken kaufen, Gold wie verrückt? Ich habe es ja schon gesagt, da glaube ich, sind wir einer Meinung. Aus meiner Sicht sind Gold und Bitcoin haben beide enorme Vorteile. Beide bringen ihre Nachteile mit sich. Aus meiner Sicht beides Assets, die aufgrund so vieler Vorteile zusammen, weiter zusammen nach vorne laufen werden und noch viele Jahre sehr, sehr spannend bleiben werden. Aber glaubst du, dass wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wo Zentralbanken Bitcoin kaufen, wo Zentralbanken eine gewisse Kontrolle abgeben, wo Zentralbanken vielleicht auch gläsern und durchsichtig sein werden, also wo wirklich die ganz grossen Player am Markt für Transparenz plötzlich offen werden, was sie Jahrzehnte nicht waren. Kannst du dir das vorstellen? Wohin wird da die Reise gehen? Das würde mich zum Schluss noch interessieren. Es muss und wird dahin gehen. Also wir sehen, ich habe zwei Punkte dazu. Punkt Nummer eins ist der kurze. Wir sehen das mit X, also ehemals Twitter, oder? Elon Musk hat es gekauft und die Demokratisierung, die Meinungsfreiheit, was ja auch ein extremer Spannungsfeld ist, Thema öffentliche Medien, was wird zensiert, was nicht, oder? Ich glaube, wir können als Gesellschaft uns nur weiterentwickeln und wachsen, wenn wir offen und transparent mit Informationen und Daten umgehen. Ja, das bringt grosse Herausforderungen, gerade auch mit der künstlichen Intelligenz, kannst du mittlerweile alles faken und fälschen und so weiter, oder? Aber zu zensieren, zurückzuhalten, nicht transparent zu sein, diese hintergeschlossenen Türen, diese Ära ist vorbei. Und das bringt uns als Menschen nicht weiter. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das etabliert in den Generationen. Das ist eine Generationenfrage, das wird nicht in zwei Jahren passieren, oder? Aber es ist ein schrittweiser Prozess, wo sich die Menschheit hin entwickeln wird, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und das ist für mich etwas Positives. Jetzt, der zweite Punkt ist, wir sind eine kleine Gruppe in der Schweiz gewesen, vor zwei Jahren war es, ich weiss gar nicht mehr, zwei Jahren, drei Jahren, da waren wir bei der Generalversammlung der Schweizer Nationalbank. Jeder von uns hat eine Aktie, das wissen viele nicht, die Schweizer Nationalbank ist privat, also da kann man eine Aktie davon kaufen. Wir haben alle eine Aktie gekauft, dann wirst du eingeladen zur Generalversammlung. Dann sind wir alle da, die Truppe, die Bitcoiner Truppe nach Bern gefahren, an die Generalversammlung, da kannst du natürlich, als Aktionär kannst du auch eine Rede halten, oder? Du kannst ans Rednerpult gehen und wir haben jemand gehabt, der hat das gemacht. Die Idee war, die Nationalbank dahin zu bewegen, hey, überleg doch mal, Bitcoin auch ins Balance Sheet aufzunehmen. Als Nationalbank einen kleinen Anteil, sozusagen Sparplan, DCA, jeden Monat halt Millionen à la Sparplan oder zu kaufen in Bitcoin. Und es ist ein super, super spannender Moment gewesen, weil die Antwort war, da zumal vom Gremium der Schweizer Nationalbank, die haben gesagt, wir könnten auf Knopfdruck Bitcoin kaufen. Das Problem ist nicht technologisch, ist nicht regulatorisch, das einzige Problem ist, es ist ein kleines Gremium, das entscheidet, wie investiert wird. Und in diesem Gremium sind sie sich nicht einig, ob sie das machen sollen oder nicht. Technischen Hürden, die regulatorischen Hürden, ist alles gegeben, aber sie machen es nicht, weil es halt, ja, gewisse, ja, jeder Mensch hat eine Meinung, oder? Und im Gremium ist es halt, die negative Meinung hat die Überhang genommen. Jetzt haben wir das natürlich auch getrackt, ab diesem Zeitpunkt, als wir diesen Vorschlag gemacht haben, wo wäre die Bilanz der Schweizer Nationalbank? Und durch das, dass Bitcoin extrem im Preis gestiegen wäre, hätten wir massiv, oder hätte die Schweizer Nationalbank massiv Gewinne eingefahren. Klar, jetzt kann man sagen, das ist ein Momentaufnahmemarkt, das kann nachher wieder nach unten gehen, ja, völlig klar. Aber ich will damit einfach sagen, wir stehen, glaube ich, an einem Tipping Point, dass das früher oder später passieren wird. El Salvador, das erste Land, das Bitcoin sozusagen als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert hat, investierte auch bewusst in die Bilanz in Bitcoin, auf dem Balance Sheet. Ich habe es genannt, MicroStrategy, Tesla hat ja auch immer noch Bitcoin auf dem Balance Sheet, Reddit kommt dazu und so weiter und so weiter. Immer mehr Firmen sehen das auch. Und das ist auch eine Frage der Zeit, bis früher oder später auch die Nationalbanken, die Staaten das umsetzen werden. Und da natürlich auch die Transparenz kommt mit ins Spiel. Transparent ist wichtig, Bitcoin bringt eine gewisse Asset-Transparenz auch mit in die Bücher und so weiter, oder? Und ich glaube, dass alles zusammen, wir sind sehr, sehr früh dran, aber es wird sich über die nächsten Jahre, Jahrzehnte positiv in dieser Richtung weiterentwickeln. Da bin ich fest und fest davon überzeugt. Perfekt. Vielen Dank, Marc. Das klingt nach einem idealen Schlusswort. Ich glaube, wir sind uns einig, wir haben extrem viele Unsicherheiten auf der Welt, extrem viel. Du hast vorhin gesagt, die Märkte sind schizophren. Wir haben extrem viele Herausforderungen und gerade auch für Menschen, die ihr Geld nicht auf dem Konto verbrennen lassen wollen. Thema Papiergeld, was immer weiter inflationiert, immer weniger wert wird. Muss man sich informieren, muss man schauen, dass man möglichst seriös und gute Informationen befindet. Wir sind ja hier bei mir auf dem Kanal. Wer sich für das Thema Rohstoffe, Gold und so weiter interessiert, der ist hier schon gut aufgehoben. Hoffe ich doch, sich über die Themen zu informieren. Man kann sich aber auch eben bei dir auf dem YouTube-Kanal informieren. Lass uns noch mal ganz kurz dazu zu sprechen kommen. Marc, wo genau findet man dich? Dein Kanal ist natürlich unten verlinkt, deine Website auch. Wer kommt auf dich zu? Wann bist du der richtige Ansprechpartner? Wir hatten gesagt, du bist auch Coach. Wann kommt man zu dir? Ja, also wann kommt man zu uns? Wenn man generell einfach wirklich seriös, fundiert, langfristig in die Kryptowährung investieren möchte. Wenn man das auch verstehen möchte, was man macht. Das heisst, entweder ist man auf der grünen Wiese, möchte von Anfang an das richtig machen. Also wir machen zum Beispiel auch das Thema Vererben, da achtet niemand darauf. Oder da habe ich mein Buch darüber geschrieben. Das ist auch ein Teil von unserem Mentoring, was wir haben, oder? Aber wir haben mittlerweile auch Leute, die wirklich auch ein eigenes Portfolio haben, also auf eigene Faust irgendwelche Kryptowährungen gekauft haben, wissen gar nicht, was sie gemacht haben und jetzt einfach das Ganze wirklich fundiert und seriös verstehen möchten. Man kann sich das vorstellen wie ein Aktiencoaching, können mehr die Leute was damit anfangen, aber wir machen das einfach für die Kryptowährungen. Das heisst, wir haben von Einsteigen bis Profis, wie gesagt, wir haben Leverage-Strategien, ein regelmässiges Einkommen, Cashflow-Shring, wir haben alles, also das heisst, wir können alles abdecken hier und am besten auf die Webseite gehen, marksteinerconsulting.ca und einfach mal das kostenlose Erstgespräch bei uns buchen und dann schauen wir mal so ganz unverbindlich, ob wir so zusammenpassen, ob wir überhaupt unterstützen können und ansonsten, ja, wie gesagt, YouTube-Kanal, einfach Mark Stein eingeben, du hast es ja unten noch verlinkt, aber man findet man mich oder ich bin auch sehr, sehr aktiv auf LinkedIn, kann man mich auch anschreiben, Instagram, man ist ja mittlerweile überall, das ist so das Thema, aber man findet man mich überall, also wenn man nach mir sucht in sozialen Medien, findet man mich überall, genau. Perfekt, perfekt, Mark, in zwei, zweieinhalb Wochen sehen wir uns persönlich, ich freue mich schon drauf, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, vielen Dank für deine Zeit und wir wiederholen das Gespräch sehr wahrscheinlich sehr bald hier wieder, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir.